Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Hier ist die Firma Haustechnik Vosswinkel. Wir sind wieder für euch am Start. Jetzt präsentieren Andi und ich euch alles Wissenswerte zum Thema Heizlastberechnung. Ihr Lieben, da sind wir wieder. Andi und ich sind am Start. Andi, heute ist alles neu, alles anders. Ich werde geblendet von Licht. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Denn wir haben jetzt Licht, damit ich noch besser aussehe. Und wir haben auch gelernt, wie man Licht weicher macht, damit ich nicht so aggressiv rüberkomme. Und ich hoffe, ich bin für euch weich genug an dieser Stelle. Spaß beiseite. Das Thema Heizlastberechnung ist ein wichtiges Thema und geht häufig unter. Was ist das überhaupt? Warum braucht man das? Und was hängt davon am Ende eigentlich ab? Fangen wir vorne an. In den meisten Fällen, wenn es um das Thema neue Heizung geht und um das Thema Auslegung oder Dimensionierung der Größe, zum Beispiel einer Wärmepumpe, dann geht es häufig um das Thema Vorjahresverbräuche, wie viel habt ihr verbraucht, wie groß ist die Wohnung, wie viele Personen wohnen da für das Thema Warmwasserberechnung und der Fragen gleiche mehr. Auf was aber selten eingegangen wird, ist die Frage, wie viel Wärme braucht denn euer Haus? Also das Thema Heizlast, wie viel Wärme müssen wir denn bereitstellen, um das Haus weiterhin zu beheizen? Das Thema Heizlast ist sogar in der Bautechnik oder im Bautechnikhandbuch definiert. Unter der Heizlast versteht man in dem Zusammenhang die Menge an Energie, die nötig ist, um eine Gebäudehülle auf einer vorhandenen Temperatur zu halten. Diese Energiezufuhr für das Haus wird in Watt pro Quadratmeter angegeben. Ihr merkt schon an dieser Definition, es geht nicht darum, wie viel Energie nötig ist, um ein Haus aufzuheizen, sondern die Heizlast gibt an, wie viel Energie nötig ist, um es auf der Temperatur zu halten. Das kann man berechnen. Das können Energieberater rechnen und das können ein Stück weit auch wir Installateure berechnen. Und vor allen Dingen gibt es Daumenwerte. Wir blenden hier mal eine kurze Tabelle über meinem Gesicht ein und ich wandere jetzt hier unten oder hier unten, das entscheidet Andi, auf die Seite, um da mal drauf einzugehen. Wenn man also hingeht und sagt, wie viel Heizlast ist denn möglicherweise nötig, um das Haus zu halten, braucht man eine angenommene Temperatur im Innenraum. Die ist oben in den Zeilen abgebildet und zeigt eben, welche Raumtemperatur wird denn gewünscht. Dann hängt es natürlich davon ab, wie viel Energie das Gebäude verliert, also abgibt aufgrund von undichten Fenstern, einem schlecht gedämmten Dach, einer nicht gedämmten Fassade oder irgendeiner Haustür, wo irgendwas nicht stimmt. Also letztlich hängt es davon ab, wie alt das Gebäude ist. Denn der Gebäudestandard, der Dämmstandard von Gebäuden hat sich über die Jahre natürlich kontinuierlich verbessert. Und somit ist klar, eine ältere Bausubstanz, an der, davon geht die Tabelle hier aus, an der nichts mehr verbessert worden ist, braucht mehr Heizlast als ein neueres Gebäude. Und so hat man eben gesagt, dass 1982 ein Gebäude errichtet wurde, was nicht mehr gebraucht wurde oder nicht mehr verbessert wurde seitdem, entsprechend 122 Watt pro Quadratmeter nötige Energie braucht, um auf einer Temperatur von 20 Grad Celsius gehalten zu werden. Und so könnt ihr sehen, dass durch diese Baujahreszeiträume, bis 94 und dann kommen noch ein paar mehr, ich habe das Bild jetzt gerade nicht hier, die Wattzahl immer weiter sinkt. Und das liegt daran, dass sich der Gebäude-Dämmstandard verbessert hat über die Jahre. Kleines Beispiel, wenn ihr heute neu baut, dann dürft ihr nicht mehr als 40 Watt pro Quadratmeter Energiezufuhr nötig haben, um das Gebäude auf 20 Grad zu halten. Das heißt, da habt ihr gesehen, wie sich diese Anforderungsklassen, die sogenannten NF-Klassen, vielleicht schon mal gehört, über die Jahre verschärft haben. Das heißt, wenn ich heute neu baue, muss ich das Gebäude immer dichter machen, immer energiebehaltender, wenn ihr so wollt, damit die Energie nicht rausgeht. Und diesen Wert, diese Heizlast gilt es zu kennen, wenn man hingehen will und wissen will, okay, wie viel Energie führe ich dem Gebäude zu. Jetzt kann man diesen Wert für das gesamte Gebäude berechnen. Dafür muss man letztlich nur wissen, habt ihr in der Vergangenheit Brennstoff benutzt? Und wenn ja, wie viel? Nehmen wir Gas. Dann weiß man über die letzten drei Jahre, so und so viel Gas wurde jedes Jahr verbraucht. Man nimmt deswegen drei Jahre, um diese saisonalen Schwankungen etwas auszugleichen. Mal hat man einen harten Winter, mal hat man einen milden Winter. Und in dem Zusammenhang nimmt man drei Jahre, um das Ganze ein bisschen zu glätten. Wenn ich diese Menge Gas annehme und saniere nun die Heizung, aber wichtig, nur die Heizung, nichts anderes, dann kann ich davon ausgehen, dass ich diese Menge Gas auch nach der Heizungssanierung brauche, um die nötige Energie bereitzustellen. Wenn ich eine Gasheizung mache, bei einer Wärmepumpe gibt es dann den Umrechnungsfaktor, die Jahresarbeitszahl, die einen diese Menge Gas natürlich entsprechend reduzieren lässt. Aber die rauskommende Energie aus der Wärmepumpe oder aus der neuen Gasheizung, völlig egal, muss die gleiche sein wie vor der Heizungssanierung. Denn ihr habt das Gebäude oder die Gebäudehülle ja nicht verändert. Und wenn das der Fall ist, dann ist auch der Installateur, dann sind auch wir, über die Tools, die wir euch schon gezeigt haben, in der Lage, die Heizlast zu berechnen. Jetzt nehmen wir einen anderen Fall, mehrere sogar. Nehmen wir an, ihr plant eine ganz umfassende Sanierung und wollt jede Menge verändern. Also nicht nur die Heizung, sondern auch die Fenster, das Dach, die Fassade wird gedämmt. Also ihr reißt das Haus quasi einmal auseinander. Dann ist klar, dass die Menge Energie, die ihr vor der Sanierung gebraucht habt, nach der Sanierung nicht mehr stimmt. Wenn ihr alles gemacht habt, wird weniger Energie nötig sein, um die 20 Grad im Innenraum zu halten. Und wenn das der Fall ist, man also nicht mehr von alten Verbräuchen, historischen Verbräuchen, auf die Zukunft hochrechnen kann, dann braucht ihr einen Energieberater. Weil der muss jetzt berechnen, wie wird sich das Gebäude verändern, wie wird sich die Heizlast verändern, wenn man diese ganzen Maßnahmen umsetzt. Deswegen hat der Gesetzgeber übrigens auch den individuellen Sanierungsfahrplan entwickelt. Da geht es genau darum, um diese Berechnung, die Heizlastberechnung. Und jetzt kann der Installateur hingehen, mit Hilfe der Angaben vom Energieberater, und kann das Ganze in die Zukunft hochrechnen und sagen, okay, wenn alles gemacht wird, haben wir die und die Heizlast. Und dann brauchen wir also auch nur eine so und so große Heizung, um das zu erreichen. Ein weiterer Punkt, wo es darum geht, dass der Energieberater uns zur Hilfe eilt, ist das Thema Kamin. Sicherlich hat der ein oder andere von euch einen Holzkamin im Ofen, äh, im Ofen, im Haus. Und nutzt diesen gerade im Winter, um zuzuheizen. Das ist für den Installateur tödlich. Also natürlich ist das schön und das ist ja auch euer gutes Recht und es ist alles gut. Aber niemand kann sagen, wie viel Energie habt ihr über diesen Kamin dem Haus zugeführt. Wie viel davon war nötig und wie viel davon war nur, damit ihr keine kalten Füße kriegt und es muckelig warm habt. Also, musstet ihr nachher vielleicht sogar lüften, um die Hitze wieder rauszukriegen. Das verfälscht das Ergebnis der historischen Verbräuche, weil ihr dann entsprechend weniger Gas als Beispiel einsetzen musstet, als ihr es ohne Kamin getan hättet. Das ist grundsätzlich nicht das Problem, zu sagen, ich nehme trotzdem den historischen Verbrauch, das Gas und rechne daraus die Heizlast. Das bedeutet aber, dass ihr mit der neuen Heizung in der Zukunft den Kamin zwingend auch benutzen müsst. Und zwar in gleichem Umfang wie vorher. Sonst ist entsprechend die Energie nicht da, die das Haus braucht. Und dann sage ich meinen Kunden oder Interessenten immer, was passiert denn, wenn sie mal keine Lust mehr haben, den Kamin zu benutzen? Oder der Festmeter Holz unbezahlbar teuer wird? Oder das Alter vielleicht es nicht mehr zulässt, man sich so gut körperlich nicht mehr bewegen kann, um diesen Kamin regelmäßig zu bestücken und wieder sauber zu machen und alles Mögliche. Also fällt der Kamin weg, wird dann, je nachdem, auch die Heizung nicht mehr die nötige Raumtemperatur bereitstellen können oder die nötige Heizlast. Deswegen ist es in dem Falle wichtig, dass ein Energieberater diesen Kamin in irgendeiner Form als Energiequelle beziffert und bemaßt. Und dann ist es möglich zu sagen, okay, ohne Kamin wäre die Heizlast so und so, damit es trotzdem warm wird. Und jetzt bauen wir eine Wärmepumpe, die es euch als Kunden ermöglicht, den Kamin auch auszulassen. Und ihr kommt dann trotzdem klar und habt es warm. Das ist das Thema oder das Wichtigste eigentlich zum Thema Heizlast. Eine abschließende Bemerkung. Die Heizlast wird auch dann dafür benutzt, um die Größe von Heizkörpern in euren Räumen auszulegen. Jeder Heizkörper hat abhängig von seiner Breite und Höhe eine abgebende Heizlast, also eine abgegebene Wärme. Die kann man auch in Watt angeben. Und ihr kennt aufgrund des Grundrisses die Fläche eures Zimmers, was es zu beheizen gilt. Und wenn ihr wisst, als Beispiel, 89 Watt pro Quadratmeter wären in eurem Haus nötig und ihr habt einen 20 Quadratmeter großen Raum, dann wisst ihr, wie groß der Heizkörper sein muss. Das war, wenn er denn schon hängt, der Heizkörper, auch ursprünglich schon die Aufgabe des damaligen Installateurs, das auszurechnen und die Größe der Heizkörper zu bestimmen. Wenn ihr das gut gemacht habt, kriegt ihr den Raum warm. Hat er es zu gut gemeint, und das ist in den meisten Fällen der Fall, habt ihr einen Vorteil, denn es wird auch mit einer Wärmepumpe klappen. Das ist nämlich eigentlich meistens so. Die Körper sind eher zu groß, weil sie damals an Fensternischen angepasst wurden oder an Fensterbreiten. Und man hat eigentlich eher so Heizkörper ausgelegt. Und in den meisten Fällen sind die zu groß und funktionieren dann auch noch gut mit einer Wärmepumpe. Aber das ist die Heizlast. Das Gleiche geht auch für Fußbodenheizungen. Auch da sind die entsprechenden Abstände zwischen den Heizschlangen so zu wählen, dass die Energie, die in den Raum abgegeben wird, reicht. Und auch da gibt es Tabellen für. Wenn das nicht funktioniert hat, dann wird auch da der Raum nicht warm. Und man müsste dann eventuell noch eine Zusatzheizung anbringen, im Falle einer Wärmepumpensanierung. Also ihr seht, nicht nur die Größe der Wärmepumpe ist entscheidend, sondern auch die Frage, wie viel Energie braucht der Raum. Und das Ganze ist ein relativ komplexer Themenzusammenhang, den man eben letztlich errechnen muss. Und das macht das Thema Auslegung einer effizienten Wärmepumpe im Moment eben auch so spannend. So, genug vom vortragenden Martin. Ich hoffe, es war verständlich, das aufzudröseln. Sollte ich irgendwo unklar gewesen sein, gerne in die Kommentare dieses Videos einmal reinschreiben, damit wir darauf eingehen können. Einstweilen sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Habt eine gute Woche. Nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr sind wir wieder am Start mit einem neuen Video. Bis dahin, vielen Dank. Tschüss Andi. Tschüss Publikum. – Vielen Dank.